Der ehemalige Tagesschausprecher Jan Hofer ist an seiner Letztdance-Teilnahme verzweifelt. Der 69-Jährige ist der älteste Kandidat in der Geschichte der RTL-Show und Tanz zusammen mit der Profitänzerin Christina Luft. Woche für Woche kämpfen sie sich weiter. Bislang standen dabei vornehmlich langsam interpretierte Tänze wie eine Rumba und ein Slowfox für die zwei auf dem Plan. Nun kam das Tanzpaar allerdings nicht um eine besonders körperlich fordernde Performance herum. Der energetische Jive war an der Reihe. Dass das für den seniorischen Nachrichtensprecher nicht ganz leicht werden dürfte, das sprach sich auch unter seinen Promikollegen herum. Auma Obama, die selbst mit ihren 61 Jahren zu den ältesten Letztdance-Kandidaten gehört, brach nach ihrem Tanz bereits eine Lanze für Hofer. Ich möchte mich bei ihm bedanken, denn sein Mut gibt mir auch Mut, hier dabei zu sein. Jan Hofer, fair, zweifelt an seiner Letztdance-Teilnahme. In den Trainingsaufnahmen, die es immer vor der Live-Performance zu sehen gibt, war bereits ersichtlich, dass Jan aber tatsächlich in dieser Woche an seine Grenzen gestoßen ist. Demütig, aber siegessicher, gab er noch zu Beginn des Clips preis. Natürlich gibt es Leute, die sind einfach mal um Klassen besser. Das weiß ich und ich bin ja nicht blind, das sehe ich. Ich kann mich daran nicht messen. Mir macht es nach wie vor Spaß und solange es mir Spaß macht, mache ich weiter. Als er jedoch erfuhr, dass er einen Jive tanzen soll, verschlechterte sich Hofer's Laune schnell. Wir haben in dieser Woche einen Tanz, der für meine Begriffe sehr schnell ist und da komme ich einfach an meine Grenzen. Da kann ich machen, was ich will und ich weiß nicht, ob ich die überschreiten kann. Ich bin auch ein bisschen verzweifelt, weil ich das so von mir nicht kenne. Christina zeigte sich nach den ersten Übungsstunden ebenfalls besorgt, die Profitänzerin hatte Angst, den Tanz nicht auf die Bühne zu kriegen. Hofer entgegnete resigniert. Ich kann es dir auch nicht versprechen, ich weiß es nicht.